Willkommen zurück zu SFS, wieder mit der Atlas 5. Heute wollen wir zum Mond und dazu brauchen wir natürlich ein Mond-Lande-Modul. Das werden wir jetzt auch gleich bauen und dann die kleinen Teile dahin, damit die Landebeine auch funktionieren. So und dann kommt das noch an und wir machen uns, glaube ich, ein bisschen realistischer. Wir bauen hier ein Abschuss-System hin, dass wenn irgendwas schief geht, dass wir uns retten können. So, das ist doch schön. Damit fliegen wir jetzt zum Mond. So, das ist doch schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mist, das war nicht geplant. 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 Okay. Okay. Da ist er, der Mond. Gut. Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Mond gelandet. Und jetzt zurück zur Erde. Und jetzt zurück zur Erde. So. 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 Oho. Das war echt knapp. Das Teil hat uns fast erschlagen. Hilfe. So. Und PAM. Und PAM. Da sind wir wieder. Auf der guten alten Erde. Ich hoffe es hat euch gefallen Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.